... der Kampfgerichte entscheidet, Sieger nach Punkte, blauer Ecke. Kampf Nummer 9, im Junior-Reichtgewicht stehen sich gegenüber in der roten Ecke Albert Heinz, PSV Elbertberg, in der blauen Ecke Andreas Bock, Boxen-Hoffenheim, und der Kampfgerichte über vier Runden, Arzt Schumpen, Weg frei, Runde 1. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Andreas Hebein, wenn er kommt. Andreas, alles geht gut. Stand ruhig, Andreas. Stand ruhig, Andreas. Давай, Andriuha. Zuba! 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 Zuba, Andreas! Zuba! Zuba! Schön! Super, Andreas! Seht nur, Andreas! Andreas, schön! Alle aufwärts, jorge! Super! Komm, Andreas, aufwärts! Andreas, bewegt dich! Liegt rum, rechts rum! Schön, komm! Jawohl! Jawohl! Aber Andrucker! Andreas, komm! Super! Unabore! Ja, immer sehr gut! Alter, kurze Schläge, immer sehr gut! Komm, Andreas, jawohl! Andreas, komm! Andreas, komm! Ach, schön, zurück! Ja, das muss ich! Komm! Und viele Sachen, viele Sachen! Schön, Andreas! Komm, Bubbele! Komm! Jawohl! Und nicht, Andreas! Jawohl! Super! Komm, Andreas! Wag, Anita, in den Jawohl! Ja, ich bin, Herr, komm! Komm, Andreas! Komm, Andreas! Oh, schau mal! Ja! Schau mal, den Tag, ja! Ich spreche jetzt, das! Beving Sie! Und bitte alle! Komm! Applaus 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 Tschüss! Schön, Andreas! Andreas, super! Komm, rein! Jetzt, nun, das ist ja alle! Ja, beide! Ja, beide! Weiter, weiter, weiter! Wagen! Weg! Weg, gerade! Wagen! 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 Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020